tja ein hallo hier aus frankfurter main hier befinde ich mich in der kaiserstraße hallo Hier in Höhe der Kaiserstraße Moselstraße. So, hier ein Blick in die Münchner Straße. Hier die Gaststätte Mosel-Eck, auch geschlossen und der Blick hier Richtung Hauptbahnhof. Hier in Höhe der Kaiserstraße Moselstraße. Hier in Höhe der Kaiserstraße Moselstraße. Ja, ich bin hier. Ich bin hier auf das Leonardo Hotel. So, hier der Blick auf den Südeingang des Hauptbahnhofs in Frankfurt. Hier ein Blick direkt auf den Haupteingang des Hauptbahnhofs. Ich bin hier auf dem Hauptbahnhof. So, hier der Blick Richtung Nordausgang. So, hier ein Blick noch in die Tauernussstraße. Tauernussstraße. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier. So, hier direkt vor den Haupteingang des Hauptbahnhofs. So, hier. So, hier. So, hier. So, das ist auch nicht mal besser, oder? So, hier. So, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bleibt mir alle gesund und bis bald. Tschüssi, ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020